Für dieses Video kehren wir noch einmal zurück bis fast an den Anfang der Geschichte der musikdidaktischen Konzeptionen. Wenn Sie sich einmal daran erinnern, womit wir uns zunächst beschäftigt haben. Erst ging es um die Musikpädagogik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Stichwort waren musische Erziehung und die Gegenbewegung durch Adornos Kritik am Musikanten. Dann haben wir über Alt gesprochen, der diese Kritik aufgegriffen und eine umfassende Musikdidaktik vorgelegt hat, die er Orientierung am Kunstwerk nannte und in dessen Zentrum entsprechend die Interpretation von wichtigen musikalischen Werken stand. Fast seitgleich im Jahr 1971 waren Karl Heinrich Ehrenford und 1976 Christoph Richter als Erste dazu übergegangen, die Subjekte im Musikunterricht, nämlich die Schülerinnen und nicht mehr die Kunstwerke ins Zentrum der Überlegungen zu stellen. Sie betonten, wie wichtig der hermeneutische Zirkel, das wechselseitige Verstehen zwischen Subjekt und Objekt für die Konzeption und Gestaltung des Unterrichts sind. Und an dieser Stelle kommt dann einige Jahre später, nämlich 1993 eine Weiterführung dieser Gedanken ins Spiel, die als Lebensweltorientierung oder auch Toposdidaktik bekannt geworden ist. In diesem Fall war es kein Buch und auch nicht nur ein Autor, der diesen Begriff prägte, sondern am Anfang stand ein Themenheft aus Musik und Bildung, Heft 6 von 1993. Also eine Zeitschrift, die eigentlich eher für den Praktiker gedacht war und gar nicht unbedingt die Wissenschaft. Das ganze Heft stand unter der Überschrift Lebenswelt im Musikunterricht und enthielt Beiträge von Ernst Klaus Schneider, Karl Heinrich Ehrenford, Günther Ulias, Christoph Richter und anderen. Die theoretische Grundlegung der Lebensweltorientierung übernimmt in dem Heft vor allem Karl Heinrich Ehrenford in dem Artikel Musik als Leben zu einer lebensweltlich orientierten ästhetischen Hermeneutik. In diesem beginnt er zunächst mit einer Kritik der derzeitigen Praxis, über deren Argumente wir so ähnlich im Rahmen des Moduls zum aufbauenden Musikunterricht bereits gesprochen haben. Die Grammatik werde im Musikunterricht immer an den Anfang gestellt und das ganzheitliche Verstehen gerade darüber ins Hintertreffen. Diesen grammatischen Fundamentalismus beschreibt Ehrenford als Übergewicht theoretischer Inhalte gegenüber praktischem Musizieren und ästhetischer Empfindung, was die Schüler und Schülerinnen abschreckt und zu Aufbegehren oder Desinteresse im Musikunterricht führt. Er findet dafür eine recht eindrückliche Metapher. Leider nun ist es sehr verbreitet, dass dieser grammatische Fundamentalismus im Musikunterricht unangemessen so in den Vordergrund drängt oder gedrängt wird, dass die Gefahr besteht, das eigentliche Ziel, die klingende Musik aus den Augen zu verlieren. Ohne Zusammenhang mit lebendiger Musik vertrocknen aber solche Lerninhalte häufig zu unverdaulichen Wissensbrocken. Sie bleiben als Steine auf der Lernbahn liegen und werden dann oft zu Stolpersteinen für den, der nach dem Sinn des Musikunterrichts fragt. Grammatische Trockenkurse geben darauf keine Antwort. Nachdem er diese Problematik herausstellt, widmet er sich einer möglichen Antwort auf das Problem der musikalischen Leichenschau und Theorielastigkeit, der Handlungsorientierung. Ehrenfort zeichnet die Vorteile und auch Probleme einer solchen Handlungsorientierung im Musikunterricht nach, bevor er feststellt, dass es neben den Extremen, einer Theorielastigkeit oder einer vom Aktionismus bedrohten Handlungsorientierung einen neuen Weg geben muss, die drei Säulen des Musikunterrichts Hören, Handeln, Wissen zu integrieren. Dafür schlägt er das Konzept der Lebenswelt vor, das in der Philosophie und anderen Disziplinen eine lange Tradition hat. Er holt an dieser Stelle ein wenig aus und beschreibt kurz, wie er die philosophischen Gedanken von Edmund Husserl zu diesem Begriff versteht, nämlich als das Bedenken eines grundständig Gemeinsamen von Lebenserfahrungen, das uns über individuelle und sogar kulturelle Grenzen hinaus miteinander verbindet. Ein solches Verständnis ist anthropologisch, nicht sozialwissenschaftlich bestimmt. Nach einigen weiteren Überlegungen und Verknüpfungen des Lebensweltgedankens mit philosophischen Traditionen kommt er im sechsten Abschnitt des Artikels zu seiner These. An der bisherigen Darstellung des Themas ist abzulesen, dass es sich bei der lebensweltlichen Orientierung des Musikunterrichts um eine Fortführung des Konzepts der didaktischen Interpretation als einer ästhetischen Hermeneutik handelt. Die lebensweltliche Perspektive verleiht ihr nun ein zusätzliches existenzielles Gewicht. Wichtig ist für Ehrenfort, dass er in der Lebensweltorientierung eine ganz besondere Chance in der Überwindung der beiden Extreme des grammatischen Fundamentalismus und des aktionistischen Handlungstrubels sieht. Indem hier zunächst übergreifende Fragestellungen als Ausgangspunkt genommen werden, die eine anthropologische Basis enthalten, wird es möglich, die beiden Pole zusammenzuführen. Ein ganz praktisches Beispiel anhand des Violinkonzerts von Beethoven können Sie im Bonustrack nachhören. Ehrenfort schlägt dann vor, die Lebensweltorientierung als Topos-Didaktik zu bezeichnen und er findet dafür auch ein aus seiner Sicht geeignetes Bild, den Marktplatz, auf dem sich die Lebens- und Erfahrungswege der Menschen begegnen. Warum das so ein treffendes Bild ist für die Plattformen des Gemeinsamen und Trennenden im Leben der Menschen, beschreibt er so. Auf diesem Markt wird erkennbar, dass es trotz aller Verschiedenheit der individuellen und gruppenbedingten Lebenshorizonte auch eine uns allen gemeinsame Welt gibt, die freilich immer wieder errungen werden muss. Sie manifestiert sich in dem Bewusstsein, Bürger der einen Stadt zu sein. Dass nicht jeder für sich selbst lebt, sondern dass wir ein gemeinsames Suchen und finden müssen, ist gleichbedeutend mit der Einsicht in die Notwendigkeit, überleben zu wollen. Mit dem Bild der vielen Kreuzungen eines Marktplatzes, mit den Metaphern von Wohnungen, Straßen und Treffpunkten, hat Ehrenfort in diesem Text ein Bild geschaffen, welches einleuchtend und nahbar wirkt und viele Anknüpfungspunkte für einen Musikunterricht anbietet, der sich an, nennen wir es einmal, menschlichen Phänomenen orientiert. Allerdings wurde er in der Folge teils heftig dafür kritisiert, das Konzept der Lebenswelt bei Husserl gründlich missverstanden bzw. zu kurz gedacht und zu oberflächlich in konkrete Emotionen und Lebenszustände umgemünzt zu haben. An diesem Punkt war Christoph Richter in seinem Artikel etwas vorsichtiger, da er nämlich ausdrücklich darauf hinwies, dass das abstrakte Konzept der Lebenswelt als Hilfe und Grundlage für die Errichtung eines philosophischen Systems nicht aber in praktischer Hinsicht gedacht war und nicht unbedingt für pädagogische Zwecke. Er bemerkt dann zum Schluss der Einleitung seines Artikels lebensweltliche Orientierung des Musikunterrichts. Zu fragen ist also, in welchem Sinne der philosophische Lebensweltbegriff und die Lebenswelterfahrung auch für etwas so Angewandtes wie musikpädagogisches Denken und für die Praxis des Musikunterrichts nützlich sein können. Richter hält sich aber nicht weiter mit dieser berechtigten Frage auf, sondern widmet sich direkt den Bereichen, denen sich ein lebensweltlich orientierter Musikunterricht zuwenden kann. A. Der Lebenswelt der Subjekte, die sich mit der Musik beschäftigen, also den Schüler und Schülerinnen. B. Der Lebenswelt in der Musik. Oder C. Universalen, das heißt von den einzelnen konkreten Lebenswelterscheinungen abstrahierten und in allgemeinen Erfahrungen formulierten Begriffen. Er schlägt dann vier Vorgehensweisen im Musikunterricht vor. Erstens. Die Lebenswelt der Schülerinnen kann zum Gegenstand im Unterricht selbst werden. Zum Beispiel Erfahrungen, Vorlieben, Erlebnisse, Kenntnisse. Zweitens. Man kann die Musik so auswählen, dass sie in einer bestimmten Beziehung zu Erfahrungen der Schülerinnen steht. Sei es, dass sie Ähnlichkeiten, Alternativen, Kontraste, Fremdheiten und so weiter aufweist und damit eine bewusstere Erfahrung der Lebenswelt der Musik als auch der Schülerinnen ermöglicht. Ziel wäre es dann, dass Schülerinnen sich die Musik verfügbar machen und aneignen, wie Richter das formuliert. Drittens. Im Mittelpunkt des Unterrichts kann aber auch die Lebenswelt der Musik stehen. Also zum Beispiel die des Komponisten, Publikums oder Ähnlichem. Hier wird die Musik als Lebens- und Weltdokument erfahrbar und Ziel ist nicht die Aneignung der Musik, sondern eher das Sich-Einlassen auf die Musik und ihre Lebenswelt. Als vierten Punkt nennt Richter, dass zentrale Begriffe zum Ausgangspunkt gemacht werden. Als Beispiele schlägt er existenzielle Begriffe wie Zeit, Spiel, Ende etc. vor, Lebenswelterscheinungen wie Nacht oder Kälte oder Gefühlsbegriffe. Am Ende des theoretischen Abschnitts beschreibt Richter noch einmal das Verhältnis zwischen Musik, Lebenswelt und Schülerinnen im Unterricht. Die Orientierung an der Lebenswelt der Schüler und der Musik kann als Mitte oder als Zweck betrieben werden. Sie ist im Grunde immer beides. Im ersten Fall ist auf die Gefahr zu achten, dass der Unterricht nach einer lebensweltlichen Anknüpfung nicht wieder nur bei den richtigen musikwissenschaftlichen definierten Sachverhalten landet, sondern dass umgekehrt die Angebote der musikwissenschaftlichen Festlegungen und Konstruktionen als Verstehenshilfsmittel dienen. Im zweiten Fall ist darauf zu achten, dass die Musik nicht als ein beliebiger und austauschbarer Gegenstand hinter den lebensweltlichen Fragen verschwindet. Die Lebensweltorientierung wurde, das hatte ich oben schon erwähnt, von einigen Seiten berechtigt kritisiert. Vor allem Jürgen Vogt ist hier zu nennen, der in seinem Buch Der schwankende Boden der Lebenswelt die philosophischen Begrifflichkeiten noch einmal sehr gründlich aufarbeitet. Aber man kann auch die Metaphern von Gemeinsamkeiten und Treffpunkten durchaus kritisch sehen, selbst wenn darin eine Chance für den Musikunterricht liegen mag. Unterschwellig mag das Bild des Treffpunktes doch suggerieren, dass die Schülerinnen sich auf das Werk zubewegen müssen und nicht umgekehrt. Kann aber nicht auch ein Musikunterricht fruchtbar und lehrreich sein, indem man gerade nicht zu solchen vermeintlich allgemeinen Gemeinsamkeiten gelangt? Kann nicht auch in der Spannung zwischen eigenem Verständnis oder eigener Wahrnehmung in dem Potenzial dessen, was fremd ist und vielleicht auch fremd bleibt, ein großer Raum für Lernen im Musikunterricht liegen? Muss man wirklich immer auf dem Marktplatz zusammenkommen? Diese Fragen kann ich an dieser Stelle natürlich nicht beantworten, aber eines bleibt sicher. Die Toposdidaktik bzw. Lebensweltorientierung hat als Idee den Musikunterricht seit den 90er Jahren durchaus beeinflusst. Dies erkennt man daran, wie häufig zum Beispiel in Musik und Bildung gerade solche Topoi als Ausgangspunkt genommen wurden oder daran, dass sich ähnliche Begrifflichkeiten und Herangehensweisen sogar in Lehrplänen und Schulbüchern wiederfinden lassen. Ich persönlich muss sagen, dass es mir in meinem eigenen Musikunterricht im Alltag oft geholfen hat, zu überlegen, welche Erfahrungen sich in einer bestimmten Musik vielleicht vermitteln oder erleben lassen, gerade für Schülerinnen, die keine musikalische Vorbildung haben. Letztendlich deuten auch die Ergebnisse der lerntheoretischen Forschung darauf hin, wie wichtig es ist, dass Schülerinnen neues Wissen in ihren bereits erworbenen Erfahrungsschatz integrieren. Von daher scheint es mir gewinnbringend, den Aspekt der Vorerfahrung in Unterrichtsplanungen mit einzubeziehen. Hier sind wir nun schon am Ende des Videos angekommen. Im nächsten soll zum Abschluss noch einmal ein immer noch aktuelles Thema im Zentrum stehen. Klassen musizieren.